Ja Mensch Daniel, schön, dass du es einrichten konntest. Pinatar Arena, jetzt hast du sie auch endlich mal erlebt. Premiere hier für mich. Beim ersten Testspiel ging es ja nicht, weil die Karre verreckt ist und ich mich darum kümmern musste. Die Älteren werden sich erinnern. Nee, schönes kleines Stadion, eigentlich so ein bisschen Hauptplatz auf einer Bezirkssportanlage. Bisschen frisch heute. Ja, das auch. Wind hier direkt am Meer, das war schon zügig und vor allem oben auf der Tribüne konnte man etwas ins Frieren geraten. Und das Spiel hat ja über weite Strecken einen jetzt auch nicht so wahnsinnig erwärmt. Das war nicht schlecht, was Werder hier gezeigt hat, aber am Ende dann ein 2 zu 2. Nach 2 zu 0 Führung gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, das könnte man jetzt schon als kleinen Wermutstropfen werten, nach hinten raus von diesem Spanien Trainingslager. Wollte Ole Werner eben im Gespräch mit uns so aber nicht stehen lassen. Der war nämlich ganz zufrieden mit dem, was er hier gesehen hat und in Ansätzen, wenn man es positiv sieht, durfte er das eigentlich auch sein. Genau, also er hat es ein bisschen auseinander dividiert. Er hat gesagt, die erste Halbzeit war auf jeden Fall gut. Das war ja auch so. Erste zehn Minuten war Werder ein bisschen unter Druck, aber so war es ja auch gewünscht. Und danach hat sich die Mannschaft ja wirklich befreit. Die beiden Treffer von Oliver Böck und Leo Bittencourt absolut verdient. Verdiente 2 zu 0 Pausenführung und dann wurde ein bisschen gewechselt. Auch jüngere Spieler kamen noch rein und das sagte Ole Werner. Es gibt eben so ein paar Jungs im Kader, die müssen hier noch so ein bisschen was lernen und eben nicht nur hier, sondern auch noch in den kommenden Monaten. Und dann kommt eben auch mal so ein Ergebnis zustande wie jetzt gegen St. Gallen. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie große Panik schieben muss, dass das in zwei Wochen gegen Köln jetzt automatisch nicht laufen sollte. Nee, ganz und gar nicht. Und ich glaube insgesamt, das haben wir gestern ja auch schon anklingen lassen, ist es Werder tatsächlich gelungen, hier gut und konzentriert, fokussiert zu arbeiten. Ole Werner sagte es eben auch nochmal, die Themen, die er hier mitgenommen hat in spanische Trainingslager, die haben sie abgearbeitet. Also im Großen und Ganzen ist er zufrieden. Ein bisschen Kritik gab es eben noch vom Coach am Trainingsplatz, dass er sagte, ja, der war jetzt nicht katastrophal. Der hat uns auch nicht davon abgehalten, hier einen guten Job zu machen, aber das geht besser. Von daher muss man mal abwarten, ob Werder im nächsten Winter wieder hier seine Zelte aufschlägt oder vielleicht doch woanders sich einquartiert. Jetzt geht es für die Mannschaft erstmal zurück heute Abend ins Hotel, morgen dann mit dem Flieger in die Heimat nach Bremen. Genau, Dienstag ist dann nochmal kurz frei, ein bisschen durchschnaufen und dann am Mittwoch geht es auch schon direkt weiter, denn Werder spielt am Samstag ja schon auf Schalke. Und das hat man sich eben bewusst so gelegt, man will in diesem Rhythmus jetzt bleiben, möglichst schnell wieder in diesen wöchentlichen Turnus kommen und dann wie gesagt Samstag Schalke die Woche drauf gegen den 1. FC Köln. Also Werder hat noch ein bisschen was zu tun, das wissen aber glaube ich auch alle. Und man hofft natürlich auch, dass die ein oder andere Personalfrage bis dahin wieder geklärt ist. Niklas Füllkrug war ja erst gar nicht hier heute, ist ja erkrankt, ist im Hotel geblieben, vorsichtshalber. Bei dem dürfte es auf jeden Fall, so sieht es zumindest aus, relativ schnell zurückgehen. Bei einem anderen, da sind sich alle nicht so ganz sicher. Genau, da geht es dann wieder um Romano Schmid, Innenbandverletzung ist inzwischen ja bekannt. Da gibt es Dienstag dann weitere Untersuchungen in Bremen und Ole Werner hat es eben gesagt, da muss man einfach abwarten. Also er sagt, Stand jetzt kann es sein, dass der in der Woche wieder spielt. Innenbandknie, das lässt aber natürlich andererseits schon immer so ein bisschen die Alarmglocken schrillen. Hoffen wir einfach mal das Beste. Er ist zumindest heute hier gewesen, läuft aber noch so ein bisschen unrund. Also wird es in der nächsten Woche in jedem Fall News geben, die wir dann auch in Bremen erfahren. Denn natürlich geht es auch für uns wieder in die Heimat. Heute noch ein letzter Abend im Hotel, morgen dann mit dem Flieger zurück und dann sagen wir Adios Spanien, schön war's. Genau, zumindest für dieses Jahr und dann bringen wir die Saison sauber zu Ende und dann steht schon wieder das nächste Trainingslager in Österreich an dem Sommer. Aber das ist noch eine ganze Weile hin bis dahin. Hoffen wir erstmal, dass Werder ja im Prinzip daran anknüpfen kann, was in der Hinrunde bislang gezeigt wurde. 21 Punkte. Die Ausgangslage hätte deutlich schlechter sein können für den Aufsteiger, das muss man mal ehrlich so sagen. Jetzt hat man eine sehr gute Basis, jetzt wird es wirklich die interessante Frage sein, kann Werder daran anknüpfen? Was glaubst du? Jetzt will ich vor allem erstmal ins Hotel, denn mir wird langsam echt kalt. Ich merke schon, wie mein Mikro zittert, das ist hier wirklich frisch geworden. Nein, aber ich glaube schon, das kriegen sie hin. Das wird eine entspannte Saison ohne das große Gezitter im Abstiegskampf. Reicht, wenn wir hier in Spanien zittern. Die haben gesagt, es ist warm hier und jetzt sitzt hier eigentlich die Winterjacke. Mit den Worten geht's ab in die Heimat für euch, für uns und dann bald wieder aus Bremen. Die News von uns in der Deichstube, gar keine Frage.